Es gibt es doch nicht, das kann doch nicht die Möglichkeit sein, dass der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Sachsen 2019 online ist und ich das absolut nicht mitbekommen habe und es jetzt erst aufnehmen kann. Hier haben wir ihn, den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Sachsen 2019 von der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt, gesponsert von denen, ja, der Wahl-O-Mat. Willkommen beim Wahl-O-Mat, alle 19 Parteien und politischen Vereinigten haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Und das freut mich sehr. Jetzt sind Sie in der Reihe, vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Die Wahl-O-Mat, der Wahl-O-Mat ist keine Wahl-Empfindung, sondern ein Informationsangebot über die Wahlen und die Politik. Ja, wir starten die Wahl-O-Mat gleich mal und legen los mit den Fragen bei Antworten und finden heraus, welches Match denn so zu mir passt. Welche Partei passt am meisten? Welche, ja, welche sollte ich denn eigentlich wählen? Also, es geht's. Wir haben eine Frage Nummer 1 von 38, Jagd von Wolf. Der Wolf soll in Sachsen weiterhin unter strengem Schutz stehen. Da kann ich jetzt, wie jedes Mal, für die These überspringen, neutral stimmen. Oh, hier gibt's auch eine Tasten-Kombination für, sehr interessant, zustimmen oder nicht zustimmen. Die drei, die vier Möglichkeiten habe ich, die Fragen zu beantworten. Und, ja, Jagd auf Hilfe, unter strengem Schutz stehen. Äh, pfff, das beantworte ich gleich mal neutral. Und weiter geht's mit der zweiten Frage von 38. 39 Bus- und Betttag, äh, Bet-Tag. Der Bus- und Betttag soll in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag bleiben. Äh, ja, Feiertage, ähm, wer will sie nicht? Wer stimmt schon gegen Feiertage? Also, wenn man Feiertage haben kann, wieso sollte man sie wegstreichen? Ich wüsste nicht wieso. Also, kann ruhig, kann halt gerne Feiertag bleiben. Ein Teil der Medizinstudienplätze in Sachsen sollen nur noch an Studierende vergeben werden, die anschließend im ländlichen Raum als Ärzte bzw. Ärztin tätig sind. Das hatten wir schon, ähm, im Wahl-Swiper und ich weiß gar nicht mehr, was dazu gesagt habe. Beim Wahl-Swiper, ähm, ich stimme mal nicht zu. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen soll aufgelöst werden. Ja, Pating, da meldet sich jemand, oh, Discord, Discord läuft über. Also, da wird gebingt, gebingt, ein Grad nicht. Ich habe das Code hier offen. Ähm, Land, Landesamt für Verfassungsschutz, ähm, neutral. Abschiebehaft in Sachsen sollen mehr abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber in Abschiebehaft genommen werden. Ähm, stimme ich nicht zu, nein. Gehalt von Erziehern, Erzieherinnen und Erzieher sollen das gleiche Gehalt wie Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Ja, soziale Berufe kann man mal unterstützen, das ist grundsätzlich was Gutes. Egal, worum es geht, wenn es darum geht, soziale Berufe zu stärken und zu unterstützen, kann man da ja nur, kann man da eigentlich nur Ja zu sagen. Gesichtserkennung bei der Videoüberwachung. Bei der Videoüberwachung an öffentlichen Orten soll die sächsische PC-Software zur Gesichtserkennung einsetzen dürfen. Da ist mal wieder was, wo man eindeutig nicht zustimmen sollte, finde ich zumindest. An sächsischen Schulen sollen weiterhin Kopfknoten, Betrag, Fleiß, Mitarbeit, Ordnung vergeben werden. Nope. Bin ich dagegen, also bin ich nicht dafür. Frage 15. Projekte gegen Rechtsextremismus. Der Freistaat Sachsen soll Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Kita-Gebühren. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in sächsischen Tieters beteiligen. Ökologische Landwirtschaft. Ökologisch. Der Freistaat Sachsen soll ökologische Landwirtschaft stärker fördern als konventionelle. Konfessionelle Religionsunterricht. Der Konfessionelle Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Sachsen neu abgeschafft werden. Wieso abschaffen? Ich meine, einführen würde ich es jetzt auch nicht unbedingt. Also neu einführen müsste man es jetzt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt, aber abschaffen. Nee. Eine Polizistin und Polizisten sollen im Einsatz eine individuelle Kennzeichnung tragen müssen. Ähm. Ja, dem stimme ich zu. Dann entscheide ich mich dafür mal zuzustimmen. Wohngeld für deutsche Wohngeld soll nur an deutsche ausgezahlt werden. Nur an deutsche. Deutschland. Ähm. Nee, dem stimme ich nicht zu. Die 5%-Hürde bei Ländern-Tagswahl soll beibehalten werden. Da stimme ich guten Gewissens nicht zu. Die 5%-Hürde diskriminiert kleinere Parteien, Kleinstparteien, die diese 5% nicht behalten. Und auch jedes, ich halte mich kurz, auch jede, jede Kleinstpartei, jeder, jeder Wider soll mit seiner Stimme vertreten sein. Punkt. So ist es dazu. Kann man schnell zusammenfassen. Frage 30 schon von 38. Militäre Forschung an Hochschulen. An öffentlichen Hochschulen in Sachsen soll die Forschung zu militärischen Zwecken retten erlaubt sein. Neutral. Der Freistaat soll die Zuwendung ausländischer Fachkräfte nach Sachsen fördern. Ja. Sondern. Prachliegende Baugrundstücke sollen für den städtischen Wohnungsbau enteignet werden können. Ähm. Enteignung. Prachliegende Baugrundstücke. Prachliegend. Ja. Das. Ich bin mal neutral. Ein traditionelles Familienbild. Oha. In sächsischen Schulen soll ausschließlich das traditionelle Familienbild Vater, Mutter, Kind vermittelt werden. Stimme ich absolut nicht zu. Was für eine These. Absolut nein. Mit Protest stimme ich dagegen. Wie auch der Besitz geringer Mengen Cannabisse strafrechtlich verfügt werden. Oh. Die Frage ist jetzt anders formuliert als die im Walswiper. Geringer Besitz an Cannabisse strafrechtlich verfügt werden. Im Walswiper, ich erinnere dran, ging es um die Legalisierung. Hier ist der Besitz geringer Mengen strafrechtlich. Da bin ich natürlich dagegen. Da stimme ich nichts zu. Ihr kennt meine Stimme. Ihr kennt meine. Zugegebenermaßen vielleicht ein wenig konservative. Zumindest in diesem Punkt. Einstellung über Drogen und Cannabis. Aber. Ja. Wie schon gesagt. Da gibt es kein Schwarz, kein Weiß. Das ist in Grauzonen zu betrachten. Daher. Hier in diesem Punkt. Bei dieser Fragestellung. Bei dieser These. Muss ich nicht zustimmen. Da kann ich nichts zustimmen. Das muss ich ablehnen. Und meine Lieblingsfrage zum Schluss. Wahlalter sind sinken. Bei den Landstagsbeinen soll das Wahlalter gesinkt werden. Jo 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 jo. Können wir dreifach und vierfach. Gewichten. Hier können wir es hier nochmal gewichten. Gewichten. Können wir mal gucken. Was lässt sich hier gewichten. Darf ich hier in Übersprung. Das können wir doppelt gewichten. Das können wir auch damit gewichten. Das noch einmal. Doppelt. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Mit welchen Parteien möchten sich ihre Standpunkte vergleichen. Wählen sie einzelne Parteien aus. Durch ein Klicken der Logos können sie einzelne Parteien aus der Auswahl entfernen. Und auch wieder hinzufügen. Parteien-Sternchen. Die 2014 den Landstag gewählt wurden. Hier alle weiteren Parteien. Hier. Die Partei. Die müssen wir mit rein nehmen. Dann nehmen wir auch die CDU. Die Linke. Die SPD. Die Grüne. Die Piratenpartei muss mit rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Früh könnte man immer nur 8 anwählen. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ob das auch. 7. Ja, die AfD. Müssen wir mal vergleichsweise mit rein nehmen. Ja. Humanisten nehmen wir nochmal. Es geht mehr als 8. Das haben sie geändert. Die Humanisten nehme ich noch mit rein. Die will ich noch mit vergleichen. Die NPD brauchen wir nicht mit vergleichen. Das ist auch wenn es schön und lustig wäre, die Antworten durchzulesen. Ja. Muss ich das erklären. Spaßeshalber können wir die PDF, die PDF immer teilnehmen. Die noch. Und dann gerne noch die. Können wir mal schauen. So. Und jetzt muss das unter Umständen zensionen. Ähm. Ja. Drück die Daumen, drück die Daumen, drück die Daumen, drück die Daumen. Das ist jetzt kein, jetzt kein überraschendes Ergebnis. Das ist keins. Jetzt muss ich mich gleich hoffentlich nicht rechtfertigen für das Ergebnis. Ich mach die Augen zu. Ich drück auf weiter. Da hätte ich mich jetzt, da hätte ich mich jetzt wirklich, hm. Da hätte ich mich jetzt rechtfertigen müssen. Zum Glück. Die Partei auf Platz 1 mit 86,4%. Ja. 85,2% wie ich es erwartet hatte. Die Piraten. Die Piraten sind bei mir wirklich dicht auf. Also das ist wirklich, da hatte ich jetzt schon gerade Angst, dass die Piraten bei mir auf Platz 1 ernten. Ja. Nein, so ist es noch nicht. Die Partei natürlich hier an erster Stelle. Ist klar. Aus einer Partei ist man selbst irgendwie am ehesten dran. Die Begründung der Partei. Das können wir uns gleich nochmal nur durchlesen in Ruhe. Alles klar. So. Die Antworten der verschiedenen Parteien. Ah cool. Hier sortiert nach Stimmen zu. Stimmen nicht zu. Sehr übersichtlich gemacht. So. Wir gucken uns Doppelgewichtungen an. Abschiebehaft. Ihre Position dagegen. Und diese Parteien stimmten nicht zu. Okay. Da gucke ich mal erstmal bei denen. Die der Abschiebehaft zustimmten. Da gucke ich mal das. Die AfD, die PDV und die FDP. Die haben da zugestimmt. Die waren also einer anderen Meinung als ich. Die Humanisten und die CDU haben sich enthalten. Und dafür, also auf meiner Seite, also stimmt hinzu, genau wie ich, die Tierschutzpartei, die KPD, die SPD, die Grüne, die Linke, die Piraten und zu guter Letztin die Partei. Die Partei begründet ihre Meinung mit den Worten. Eine offener Vollzug, begrenzt auf Sachsen, ist Strafregeln geunverteilt. Verleitet zur eigenständigen Flucht. So. Weise Worte. These 12. Gesichtserkennung bei der Videoüberwachung. Jetzt wollen wir mal die Humanisten zu Wort kommen lassen. Äh, nee. Die FDP. Ja, das ist schon kurz. Das kann ich mal durchlesen. Der anlasslose, automatische Abgleich von personenbezogenen Daten, wie beispielsweise Gesichtserkennung, ist kein Beitrag zu Mehrersicherheit, sondern lediglich ein Beitrag zum Überwachungsstaat. Ja, ich lasse das hier einfach alles unkommentiert im Raum stehen und jetzt wird es spannend, jetzt wird es lustig. These 15, Projekte gegen Rechtsextremismus. Der Freistaat Sachsen soll Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Hm. Ah, mit Neutral. Keiner hat dagegen gestimmt. Keiner stimmte, also hier für den Wahlamaten. Die haben die Antworten für den Wahlamaten gegeben, für die Veröffentlichung hier in diesem Ausweis. Das möchte ich nochmal hervorheben. Also, wie die dann letztendlich, wenn es Rat auf Rat kommt, entscheiden. Die ist dann nochmal eine andere Sache. Die AfD und die PDV stimmten für neutral. Wir schauen uns mal die Tierschutzpartei an. Wir, die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz stehen für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft, in der Rassismus keine Chance hat. Deshalb setzen wir uns konsequent gegen Rechtsextremismus ein. Unter anderem durch unseren Bundesarbeitskreis Mut gegen Rechts. Und sind natürlich eine bestmögliche Förderung von Projekten in Sachsen. Und hier haben wir noch was. Die 5%-Hürde. Ja, mir ist gleich die Begründung der Partei angesprungen. Ja. Wir würden die SPD sehr vermissen. Das stimmt. 5%-Hürde. Da ist die Partei natürlich dagegen. Versteht sich von selbst. Und zustimmten nur. Die anderen müssen wir jetzt nicht an und durch vorlesen. Für eine 5%-Hürde stimmten Grüne, SPD, FDP und CDU. Da will ich mal die Grüne anhören. Um die Funktionsfähigkeit des Parlaments sicherzustellen, sind wir Grüne für das Beüberhalten der 5%-Hürde bei der Landtagswahl. Weil das Thema mich so sehr interessiert, möchte ich hier nochmal die Linke lesen. Die ist nämlich dagegen. Was sagt die dazu? Gleiche Chancen für alle, das Parlament muss Abbild der Gesellschaft sein. Meine Rede. Da gehören Glänzmaterialien mit dazu. Uns würde das schaden. Hm? Hm? Verstehe. Uns würde das schaden, aber wir sind aufrichtige Demokratinnen und Demokraten. Und daher gegen die Benachteiligung unserer Mitbewerber. Vielleicht nicht ganz uneigennützig. Die Linke. Wir kennen alle deren... Warenergebnisse. Ja, nicht nur die SPD würde uns fehlen. Hm. Ja, die CDU kann mit gutem Mut das dafür stimmen. Ich verstehe aber gerade in diesem Moment nicht, warum die SPD für eine 5%-Hürde spricht. Aber ich meine, ja gut, das Wahlalter sinken können. In Landtagswahlen soll das Wahlalter gesenkt werden. Steht hier keine Zahl, aber es wird von 16 geredet. Die Partei sagt dazu natürlich, bis das Wahlalter eingeführt wird, muss das Mindestwahlalter auf 0 Jahre gesetzt werden, um Diskriminierungsfreiheit zu gewährleisten. Natürlich das Wüstwahlalter. Natürlich das Wüstwahlalter. Ja. Ja. Hashtag. Ja. 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 Ja, das so zu meinem Wahl-O-Mat-Ergebnis, könnt ihr das sehen. Ja, hoppala, da habe ich aus Versehen die AfD nicht zum Wort kommen lassen. Das tut mir jetzt sehr, sehr leid, dass ich das Versehen nicht vergessen habe. Dass ich da keine Antwort der AfD vorgelesen habe. Dumm, Verzeihung, dass ich das vergessen habe. Ja, soviel dazu. Hier noch weitere Punkte, die man angehen kann. Wer steht zur Wahl? Gibt es noch ein kleines FAQ mit Fakten zur Wahl? Ganz viel schönes Zeug von der Landeszentrale für Politische Bildung kann man sich mal geben. Quad-O-Mat kann man auch mal machen. Ist eine gute Sache, wie ich finde. Den Wahl-Swiper auch mal ausprobieren. Däumig nach oben sollte es euch gefallen haben, wie ich hier den Wahl-O-Mat-Ergebnis heute ausgetestet habe. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt und ja kein weiteres Video mit dem Zwang-Fürst verpassen wollt. Und jetzt habe ich noch eine an dem fürstlichen Tag. Man sieht sich, würde ich sagen. Geht wählen. Und bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.